So, jetzt probieren wir hier die Magistrat-Quest. Die habe ich schon vorher probiert zu spielen. Wurde dann aber ins Gefängnis gesteckt, weil ich da irgendwie erkannt wurde, keine Ahnung. Da sollte man vorher sich vielleicht eine andere Rüstung noch zulegen. Aber ganz wichtig ist, speichert immer beim Gasthaus ab. Auch wenn es 2000 Gold kostet, speichert immer ab, dass ihr einen Hart-Speicherpunkt habt, wo ihr immer wieder zurückgehen könnt, wenn irgendwas schief geht. Ich habe es nämlich nicht gemacht, habe in der Magistrat-Quest angefangen, landete dann im Knast und dann war es das. So, also immer abspeichern. Ja, immer abspeichern. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr sie verkackt, sage ich gerne nochmal. Und das nervt auch richtig, dass man nur einen verdammten Speicherpunkt hat. So, jetzt müssen wir irgendwie zum Kerker gehen. Wie gesagt, da gibt es irgendwo auch eine Rüstung, wo es irgendwie zwei Wege angeblich gibt, wie man da hingehen kann. Man kann wohl irgendwie, ich muss selber mal gucken hier einmal. Ne, das ist, Mensch, wir gehen ja jetzt erstmal hin. Da gibt es irgendwie eine Rüstung im Brunnen, kann man sich irgendwie nehmen, wenn man getarnt ist, den Schlüssel haben wir schon. Man kann aber auch irgendwie hinten lang gehen. Über die Klippen zum Kerker. Woher ich nicht jetzt überhaupt hin? Ja, aber es ist halt irgendwie ein bisschen anstrengender, die Mission. Ich habe mir die schon mal angeguckt, die Mission. Warum? Weil ich halt eben, wie gesagt, vorher komplett verkackt habe. Also, das kann man nicht anders sagen. Ich habe ein Feuer rein da in den Kerker. Wurde dann direkt erkannt, weil ich da irgendwie eine Truhe gekleert habe. Und dann haben die Wachen mich da zerschnitzelt, kamen dann da ins Gefängnis. Man kommt dann wieder ins Gefängnis raus, aber, äh, ja, es ist halt einfach nervig. Deswegen holt euch den Hartspeicherpunkt im Gasthaus. Ja, da könnt ihr immer wieder zurückkehren. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr irgendwann die A-Karte. So, erstmal jetzt irgendwie hinkommen. Ich probiere die Mission natürlich jetzt schnellstmöglich zu erledigen, aber da werden wir schon wieder irgendwelche Hindernisse bekommen, die mich wieder richtig abnerven. Der Kerker ist da, das ist das Gebäude hier. Aber, äh, irgendwo soll hier noch ein Brunnen sein. Irgendwo soll hier noch ein Brunnen sein. So, dass man runtergehen kann. Und die Wachen hier sind richtig stark. Ja, also die schnitzen euch auch mal richtig weg. Äh, irgendwo soll ein Brunnen sein. Irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Ha. Ich finde den gerade nicht. Man kann irgendwo... Da ist der Brunnen. Ah, Entschuldigung, genau hier vor. Okay, wusste ich nicht. Alter, bist du doof? Hä, hä, was soll ich da... Mann, du. Die Steuerung, du. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, eigentlich sind es richtig anstrengend bei dem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Das gefällt mir gar nicht. So, das soll man wohl anziehen, so wie ich es verstanden habe. so ich bin natürlich komplett überladen das was natürlich auch wieder richtig abnervt ruhig bleiben ja ich man kann glaube ich jetzt auch irgendwie hinten lang gehen glaube ich oder ich kann mal kurz gucken wo komme ich denn da wieder aus ach komm falsch so ich bin überladen ich kann nicht sprinten ich kann gar nichts machen boah ist das nervig so das ist so nervig also ich komme da nicht in den spielfluss rein weißt du wie es meine ich kann nicht ich komme hier den spielfluss rein weil ich immer irgendwie von diesem spiel immer blockiert werde also es ist so anstrengend ich kann es nicht anders sagen ich werde von dem spiel immer blockiert ist dieser spielfluss kommt bei mir nicht durch das nervt ja bla bla so mal gucken was jetzt passiert habe ich gleich wieder wenn ich wieder hier geschnitzelt werde dann kriegen krampf ich kann nicht mal schnell runter laufen weil ich überladen bin oh bitte spiel eh oh bitte 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 looted hier bloß nichts ne nichts looten hier unten einfach direkt hingehen zur zelle und fertig wenn ihr irgendwas looted oder so dann die wachen erkennen euch dass ihr nicht dazu gehört dann kriegt ihr einen auf dem deckel und da ich jetzt überladen bin krieg ich sowieso einen auf dem deckel so irgendwo soll er hier sein dann geht es aber dann geht es natürlich rein wêsse ich bin so kommt some ich versuche dass wir Ja, bla bla. Oder wecke dieser in einen Hochstapler oder er lügt mich an. Könnt ihr beweisen, dass ihr wirklich der Ewekte seid? Ja, bla bla. Ich überspringe das jetzt. Ich kriege die Krise. So, du hast mit Magistrat Valhaar gesprochen. Ja, habe ich. So, jetzt müssen wir noch irgendwelche anderen Aufgaben machen, glaube ich. Moment. Finde einen Ort mit vielen Büchern. Ja, der Magistrat ist anscheinend, er ist dann bereit, seine Zelle zu verlassen, wenn du für ihn einen Zufundsort findest, an dem er seinen Wissensdorst stillen kann. Okay. So, ich gehe jetzt mal wieder raus hier, obwohl wir mich gleich wieder verhaften wollen oder so ein Mist. Und dass ich überladen bin, ey. Oh, tut mir leid, ich muss es immer wieder ansprechen. Das geht mir halt so auf den Zeiger. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Na ja, das Spiel bringt mich an meine Grenzen ab und zu. Sei wie es ist, das muss ich ja hochtraben. Ich will meine Rüstung nicht irgendwo hinschmeißen hier oder so. Weil sonst habe ich ein Problem. Ich muss vielleicht beim Gasthaus mal speichern meine andere Rüstung, damit ich jetzt nicht so überladen bin. Ach, keine Ahnung. Ja, ich renne jetzt hier schön langsam die Treppen hoch. Top. Läuft wieder. Super. Macht richtig Spaß, das Spiel. Vor allem kann ich, ich habe eine Versaile nicht dabei. Ich kann auch nicht mal denen irgendwas übergeben oder so. Funktioniert auch nicht. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wo ich wohin muss. Wohin muss. Hä? Nichts angezeigt? Moment mal, hier wird nichts angezeigt? Bitte nicht. Ja, also wenn jetzt wieder so ein Mist kommt, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist markiert. Das Ding ist markiert. Ja, und wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Wie soll ich das machen, wenn ich keinen Weg, wenn ich keinen Wegweiser habe? Ich gehe erstmal aus dem Viertel raus hier. Das ist eine Krise hier. Dann muss ich auch hier raus erst. Aber wie gesagt, es sind da einige Sachen, da weiß man abzu nicht, was man richtig machen soll. Weil die Missionen so komisch beschrieben sind oder keine Ahnung. Das ist eine Krise, da weiß man nicht, dass ich hier mit dir stehe. Oh, es krebt sich hier rum, ey. Oh, ich lasse aber erstmal meine Wachenausrüstung erstmal an. Ich habe mich auf die Krise gewonnen. Ja, schön. So, kommt mal her, ich muss das übergeben. Es fängt ja das Spiel wieder an zu ruckeln. Ach, Leute, 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 Leute. Tut mir leid, es ist anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Ich gebe ihr das mal eben alles mal eben, damit ich nicht so überladen bin, ja. So, wo soll ich jetzt hin? Vielleicht sollte ich in dem Zukunft mehr selektiv sein. Äh, ja. Seht ihr irgendwas? Ich nicht. Wo soll ich jetzt hin? Raum voller Bücher. Ah, hier muss ich schon wieder googeln, ne? Tut mir leid, es ist einfach ein Graus ist das, ey. Oh, ist das ein Graus. Das Spiel ist so anstrengend. Äh. Ein guter Platz, um einige Ingedienungen zu erwerben. Wir können jetzt ein paar wählen und sie nutzen, wenn die Neue erläutert ist. Ans Armenviertel, Tempel der erlösenden Hand. Adelsviertel. Armenviertel. Erlösenden Hand. Gut, gehen wir da mal hin. Da soll ich irgendwie hin. Ja, weder stimmt nicht. Da wird ich riesig hier, du. Ne, ne, ne. Ja, sie müssen euch vorhin schon angenommen haben, weiß ich, aber hat ja die Schwerpunkt geändert. Blablablabla, blablabla, blablabla. Ja, ich weiß, meine Spielweise nervt viele ab, weil ich kann ja auch verstehen, aber wie gesagt, ich bin halt ab und zu, wenn ich von dem Spiel genervt werde, dann gehe ich durch, dann muss ich das halt so machen. Das, äh, ich will einfach, ich will einfach Spielfluss haben, ich will einfach spielen. Ich habe keine Lust hier, drei Stunden lang Konversionen zu führen mit irgendwelchen Leuten. Ich will Missionen haben, die abschließen und dann ist gut. Aber ich muss hier jetzt ja so ewig, drei Tage hier rumrennen überall. Mann, 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 ey. Mann, die haben sich viel Mühe gegeben bei dem Spiel, ist klar, aber, äh, also ganz ehrlich, irgendwann reicht es auch mal, ne. Also irgendwann will ich einfach nur mal ein bisschen spielen, sonst muss ich echt wieder einfach in die Pampa laufen hier und einfach oben rumschnipseln, ey. Da unten ist das Abendviertel. So, muss ich irgendwie noch mit irgendjemandem reden hier. Das Abendviertel. Dem, hier muss ich irgendwie reden. Aber woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen, wo man hinrennen muss, ja? Also hier müssen wir ins Abendviertel, wie gesagt, da hin. Aber woher soll man das wissen? Das ist so nirgendwo beschrieben, oder? Oder erklär ich mir das gesagt. Äh, Geld spenden? Ja, tausend kommen. Ah, ich nehme das. Wir können es finden, um es zu tun. Well met, Herr Arisen. Might ich mich für die Hälfte für die poor? Many thanks. May fortune smile upon you, Ka. Hold on a moment, Herr Arisen. Perchance, du würdest du... You see, eine der Kinder, die wir für hier in der Gracie Hand haben, ist weg. Malcom, his name is, he's a steady lad. I can't imagine, he would have run away. This building's very old. It could be, that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Might I propose we seek out new information? Okay, jetzt müssen wir erstmal die Mission noch mit gleichzeitig machen, weil das irgendwie dazugehört. Äh... Ich muss jetzt mit irgendwelchen Jungen reden, habe ich schon geguckt, gesehen. Was ist der hier? Ist das jung Nummer eins? Oh. Malcom's been really into exploring as late. Just the other day, he was going around telling anyone, who listened about how he... So, warte mal eben. Das gehört hier irgendwie mit zu. Warum, weiß ich nicht, aber es gehört ja mit zu. Find heraus, wo sich Malcolm auffällt. Genau, das machen wir jetzt. Ein Junge namens Malcolm, bla bla bla, das machen wir jetzt auch, wie gesagt. Dazu müssen wir jetzt aber irgendwie drei Jungen noch ansprechen. Das einen haben wir jetzt gerade angesprochen, die anderen beiden fehlen noch. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Jungen gibt. Aber wie... Woher soll man das wissen, dass das zusammenhängt? Kann man das mir jemandem erzählen? Ich muss selber mal eben gucken hier. Okay, so eins... Achso, das ist gleich hier vorne. Hier ist gleich hier. Das steht hier gleich. Ich überspringe das mal eben. So, es fehlt noch eins. Es ist eins innerhalb des Gebäudes. Welches Gebäude? Das da? Das hier? Ja. So, du sprachst mit den Kindern der erlösenden Hand. Erstattet Kendrick berichte. Okay. Okay. Ich glaube, das ist der Ort, in der die Kinder waren... Schau, da, ein Hohel. Könnte er durch hier passen? Es ist nichts zu tun, aber wir schauen uns selbst. Let's uns haste. Das ist generell als Material. Differenziale Kombinationen von Materialien resultieren in unterschiedliche Kreationen. Ich kann wenigstens eine Sache sehen, in dieser Mark. Ratten sind überall. Hm. Malcom, danke dir, dass du nicht verabschiedst bist. Du hast meine eterlose Gratitude, Herr, arisen. Jetzt kann ich freiwillig breathieren... Sir Kendrick? Du wirst nie glauben, was ich gefunden habe. Es ist nur drüben. Bücher, Sir. Bücher, Bücher und mehr Bücher. Trudy. Vielleicht sollten wir uns einen Blick nehmen. Wir müssen uns zu unserer Destination beitragen. Lass uns versuchen, zu folgen. Du hast mein Buchraum. Aber woher... Woher soll man das wissen, dass man das so machen muss? Von der Mission her? Könnt ihr das mir jemandem verraten? Woher weiß man das? Also da stand dann nirgendwo Anhaltspunkte oder so. Außer, äh... Der Magistrat hat mir das erzählt und ich hab's übersprungen. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist was... Ich kann nicht die ganze Zeit wieder zuhören, was er mir sagt. Geht nicht. Ja, ich muss mir das... Bla, 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 bla. Oh, aber... However, in exchange... Let's investigate this place. It's near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. To surely any scholars dream. It is no great shock to me. Das haben wir jetzt auch erledigt. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir zum Magistrat zurück und dann haben wir den Mission und ich hoffentlich der geschafft, ey. Boah. Wie gesagt, es ist... Ich verstehe nicht, wie man das, äh... Dann auch weiß, dass man das machen muss. Also, hä? Finde einen Ort mit vielen Büchern. Ja, aber hä? Da steht ja nichts weiter, warum man da hin muss und so. Das weiß man doch vorher gar nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Tut mir leid. Das ist leider so. Ich hatte ja vorher halt ein Video angeguckt. Na, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Äh... Da komme ich nirgends wo raus hier. Gute, dass noch mehr. Äh, ja. Tolles Labyrinth hier. Achso, warte mal. Ich habe eine Lampe, habe ich ja. Vergesse ich immer, dass ich eine Lampe habe. Das vergesse ich immer. So, ich will hier wieder raus. Ich will zum Magistrat. Sag mal. Abkürzend freigeschaltet. Sehr schön. So, da haben wir den Part schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir zurück zum Magistrat. Mhm. Jetzt beim Abendfüllen noch was klauen hier. Lampenöl. Brauche ich nicht. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich nochmal abspeichere oder was. Wovor noch irgendwas schief geht und mich wieder tausendmal ärgere. Aber ich mache jetzt die müssen erst mal zu Ende. Ich hoffe, das läuft auch. Wenn nicht, dann habe ich gleich ein Problem. Wenn die Wachen mich angreifen, dann habe ich ein richtiges Problem. Dann drehe ich auch richtig am Rad. Dann schreie ich hier nur noch rum. Wenn es da hier irgendwie schief läuft oder so. Mhm. Man, es war geil, dass alles so riesengroß ist hier, ne? Aber ab und zu möchte ich einfach auch einfache Missionen haben, wo ich genau weiß, was ich machen muss. Und das ist gerade hier nicht der Fall. Weil ich ab und zu, ab und zu nicht weiß, wo ich hin soll und es nicht markiert ist und so. Das ist dann schon sehr, sehr komisch. Manchmal überliest man auch Sachen oder überhört man auch Sachen und dann hast du richtig die A-Karte. Da, wie sie ist. Also wenn ihr in den Kerker geratet, sollte man angeblich einfach aus dem Kerker fliehen, dann kriegt man hier draußen seine Sachen wieder. Was wirklich so stimmt, ist eine andere Frage. Ich hoffe mal, ich habe die Mission erledigt. Ich muss sagen, ob ich noch irgendwie einen anderen Weg finde hier. Was ist das Wasser oder so? Ach komm, ich probiere es einfach. Hm, das ist aber nicht der Magistrat. Oh shit, hast du den Weg gelaufen. Ich renne jetzt einfach raus. Zählt das vielleicht oder auch nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hängt da unten noch ab. Ich probiere es trotzdem mal eben. Dann muss ich gleich wieder runterrennen. Ich bin frei. Tja, der kam nicht mit. Warum nicht? Er sollte doch mitlaufen. Also wenn jetzt irgendwas schief geht gleich, dann drehe ich durch. Oh, ich soll ihm folgen. Hä? Ah, hier noch lang. Ja toll, wo soll ich das denn wissen? Okay, fail. Okay, jetzt sind wir gleich draußen. Oh, endlich. Oh, do man, do man, do man, do man. Kommt ihr gleich mal? Kommt ihr gleich mal? Ja, tut mir leid. Ich höre mir nicht an, ich kriege sonst Krise hier. So, gut. Jetzt, um zu Kapitän Brandt. Kapitän Brandt. Wo ich dann wieder an der Theke da rumeiern muss, um zu warten, bis er wieder bei Nacht da wieder in die Schenkel kommt. Wo bin ich jetzt wieder hin gerutscht? Du bist in need of healing. Allow me. Wait right there. Ey, ich brauche nicht geheilt werden. So, dann habe ich gleich ein Mission geschafft. Dann werde ich gleich erst mal den Gast was abspeichern, weil sonst habe ich wieder irgendeinen Speicherpunkt, der nicht funktioniert. Und dann immer so weiter, immer so fort. So, jetzt muss ich erst mal warten, bis ich... Ich muss jetzt mal wieder Zeit vertreiben hier. Ich kann nicht mal die Zeit switchen. Ja, was ich hier zum Abend gekommen bin. Immer ein Freude. Brandt kommt. Ist er schon hier? Da hinten ist er. Okay. Er ist gleich am Tisch. Ah, okay. Ja, ich verspreche das jetzt gesagt, ich werde es abschieben jetzt. So. Abgeschlossen, mein Damen und Herren. Plus Reisestein gekriegt. Ja, cool. So. Über die Gerüchte von Allard. Ich nehme das mal. Ja, ich überschwinge das jetzt auch, wie gesagt, weil ich kann mir jetzt nicht alles anhören. Das geht nicht. Ich kann da so nicht spielen. Wir haben jetzt mit einer Aufgabe getrunken. Lass uns es mit all den Gebrauchern kommen. Ich werde erst mal meine Rüstung hier von den Fußsoldaten hier von diesem Gebiet hier erst mal anbehalten, damit ich überall hin komme großartig und keine Probleme kriege. Aber abspeichern sollte man auf jeden Fall immer. Das macht ihr hier. Ihr müsst abspeichern. Alles andere geht nicht. Ihr müsst so 2000 Gold immer haben, um abzuspeichern, um mal einen Hartspeierpunkt zu haben. Das ist halt eben blöd. Sag ich euch, wie es ist. So. Dann war das auch erledigt. Magistrat und der andere Kram. So. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und dann geht es mit dem nächsten Quest-Kram weiter. Und zwar... Was habe ich nicht mehr angenommen? Nee, das ist alles was anderes hier. Na egal. Ich werde mal gucken, was ich als nächstes mache. Weiß ich noch nicht genau. Ich bin so erst mal raus. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Und tschüss.